Jetzt habe ich nur 61 bekommen, weil ich nie überlebt habe. Ja, es klingt auch so, als ob das logisch wäre. Ja, bin ich dabei. Ich nehme jetzt auch mal wieder hier das Huhn, weil Hühner an die Macht. Genau. Hühner an die Macht. So, Mana kosten 40 pro Sekunde. Verwendest du immer den Besen oder Besitz eines Props ergreifen? Ich habe bislang den Besen, der allerdings auch wenig Sinn macht. Nur ich glaube, dass meine Reichweite nicht besonders ist, sodass ich mich in einen anderen Gegenstand verwandle. Ne? Ähm, auch nix bringt. Doch, das ist super. Jetzt bin ich schon mal Jäger. Oh, du Armer. Ich höre Hexen. Okay, die Map. Die Map habe ich ja noch nie gespielt, die ist ja total kurios. Ist ja auch. Es gibt hier eine Stelle, da kann man sich wohl verstecken, ohne dass man eine Chance hat, gesehen zu werden. Boah, weißt du das? Habe ich mal irgendwo gesehen. Ich weiß aber nicht, wo die Stelle ist, also mach dir keine Sorgen. Ist ja auch egal, weil ich bin ja sowieso Jäger. So. Warum trauen die sich nicht, was ist denn näher? Als wenn du wüsstest, was ich bin, das ist ja einfach mal wieder ein Highlight. Die Koksbahne. Ja. Ah, fast. Komm, wir wollen es doch spannend halten, oder? Ich sag dir wieder zur dritten Minute, was ich bin und dann kannst du mich mal suchen. Alles gut, alles gut. Vielleicht bist du deinem auch schon zu hoch. Vielleicht bist du deinem auch schon zu hoch. Ne, ich habe das Gefühl, mich findest du immer. Ja. Das ist deine Anziehungskraft, die du auf mich hast. Oh, das war lieb. Oder schon. Egal. Also, irgendwie... Achso, ihr seid doch nur zu viert, weil ich hier niemanden von euch... Doch, hier ist doch einer. Ähm. Ui, 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 ui. Jetzt hat er mich aber fast gekriegt. Aber das war es nicht du. Nein, nein. Hier ist so ein komischer Johnny. Johnny. Geht doch mal aus dem Weg, ihr verfickten Scheißer. Alter. Ah, Mann, ey. Ist er weg? Ich hasse das. Die Leute, die mir immer entgegenrennen. Und die sollen sich verpissen. Box sie um. Ehrlich. Mein Freund box sie um. Mit dem Typen habe ich schon fünfmal jetzt getroffen mit meinem Prop. Ah, ne, wie heißt das nochmal? Wack. 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 Ach, ich wollte ja sagen, was ich bin. Ich bin so ein... Ich bin eine Frucht. Nennen wir es eine Frucht. Ich bin eine Frucht. Also, was ich auf jeden Fall mega scheiße finde. Ja bitte. Sind die Leute, die sich als kleine Sache verstecken. Ja. Hä? Jetzt ist der weg? Hä? Und dann unter Wasser gehen. Das geht? Ja. Ich hatte gerade eine Axt. Boah, ich treffe die Leute überhaupt nicht. Die machen mich hier völlig übel. Ah. Krass, ey. Was man alles sein kann. Man könnte sogar eine Muschel sein. Vor allem. Die Leute, die die Sachen richtig einzu... Äh. Hä? Ach, wie krass ist das denn? Alter, wenn du... Ich bin gerade unter einer Treppe. Wie... Das ist ja mal voll asozial. Also, ich glaube, mich wirst du niemals finden, wo ich jetzt gerade bin. An mir ist ein Brett vorbeigerollt und das Brett versteckt sich genau da, wo ich bin. Was hast du gesagt? Das ist doch mal... Das ist doch mal assi gewesen, oder? Also, sag mir nicht, du hättest sonst da mal eben drunter geguckt. Das sah komisch aus. Das gehörte nicht dahin. Ja, aber da guckst du ja nicht hin. Wieso nicht? Ja, trotzdem natürlich wieder Respekt an dich. Das Spiel heißt... Hast du den anderen geknickt? Nein. Ich muss mich auch konzentrieren, mein Freund. Ist gar nicht so einfach hier. Weil die kacke sind. Alter. Du machst das super. Ich bin schon wieder von irgendeinem getroffen worden. So, im Sprung. Können die einen treffen mit irgendwas und du fliegst ganz komisch und die sind alle seltsam hier. Da, da. Ich seh ihn. Er rollt von dir weg. Es ist ein Stern. Ins Wasser? Ne, links von dir jetzt. Hinter dem Felsen. Links ist hier. Ja, du kriegst die aber nicht. Durch diese blöden Pilze. Als Fisch im Wasser. Ganz geradeaus jetzt. Ja, das ist gemein. Ne, noch weiter. Oh. Ja, das ist auch kacke, wenn du zu oft geworfen hast, ne? Ja. Und vor allem, es steht immer irgendwo einer mit dir drum und im Weg und... Ach, widerlich. Ich sehe gerade... Ich hasse das ja, wenn du nicht weiterkommst, ne? Weil irgendjemand dich anrempelt oder so. Das ist so widerlich. Da unten stand irgendwie ein Mr. Herr Schrutt irgendwas. Wie hieß der Herr Schrutt? Was? Schrutt? Wer ist Schrott? Ich weiß nicht mehr. Ähm. Und der hat geschrieben... Leggy Game. Ja. Aber bei mir lag das gar nicht. Nö. Also bei mir lag das wirklich nicht. Nö. Und das beim Aufnehmen. Also ich hoffe... Warte mal. Ich hoffe, dass ich die ganze Zeit aufnehme. Jaja, wir nehmen auf. Aber erst seit 45 Minuten. Achso. Wobei, das ist... Wir haben ja... Ne? Die erste Folge haben wir ja auch schon aufgenommen. Die war aber nicht veröffentlicht. Die nie veröffentlichte Folge. Wegen deiner verbalen Jorian. Aber es kann doch nicht sein, dass wir immer in andere Teams kommen, oder? Wieso? Bist du jetzt Jäger? Ja. Lies, was der da unten geschrieben hat. Das ist ja lustig. Was denn? Du hast Zeit. Ich muss mich verstecken. Einer hat geschrieben von wegen... Ja, wegen... Ne? Das Spiel des Leggin hat einer geschrieben. Kauf ihm mal einen besseren PC als einen Toaster. Recht hat er. Seid ihr schon wieder unterwegs? Natürlich. Wir sind hier schon alle on the road. Okay. Oh, oh, oh. Ähm. Warum zur Hölle kann ich das Haus nicht abschießen? Oh, da hat mich aber einer veräppelt. Ja. Wenn du das warst... Nein. Boah, ey, mein... Mein... Hase ist aber auch nicht der schnellste hier. Was denn? Wofür da für ein Hasen? Ja, ich hab da ein Hasenkostüm an. Ach ja. Ach so. Deinen fetten Bunny. Ja, ja. Ey, den hab ich mir mitgeschnappt. Ich will, dass das notiert wird. Fuck. Ich hab mal die andere Funktion ausgewählt, aber ich... Ach. Hätte er da... Das ist vielleicht nicht so... Da brauchst du irgendwas, wo du mehr hast. Mehr Auswahl. Aber der hat doch höchstens dreimal geschossen, der Wichser. Was soll das? Ey, ich muss auf die Kartoffel schmeißen, als wenn ich ein ganzer Rübenacker hätte. Und der so drei Schuss war ich tot. Wie geht das denn? Boah, das ist so assi. Wenigstens war es nicht Gorilla. Ne, das war ja richtig assi. Also wenn du hier nicht mehr weißt, wo du hinlaufen sollst, dann bist du echt am Arsch. Naja, weißt du, es gibt ja schon Möglichkeiten. Also einige spielen das ja wirklich gut, aber... Leicht ist das nicht. Leicht ist das nicht. Manche sind natürlich aber auch wirklich gut, ne? Ja, also verrückt. Ich mein, der fällt mir hier total auf, dass der gehört da definitiv nicht hin. Ja? Aber er fällt eben überhaupt nicht auf. Das ist der Hammer. Zumal du auch so gut wie nicht hier auch hinkommst. Das ist der Hammer. Der gehört da mit Sicherheit nicht hin. Oder? Ich hab mir zum Beispiel ein Ei auf dem Dach gefunden. Und auch da bin ich mir ziemlich sicher, dass... Alter, ich krieg einen Rappel, ne? Ich krieg... Warst du das? Ich bin doch schon tot. Ja, ficken! Ich hab den... Ja doch, Shitter, ja, Gorilla. Ha! Ja, dann doch will ich ficken. Huch! Man muss auch mal sich ein bisschen Zeit nehmen und einfach nur beobachten, weißt du? Ja, 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 ja. Ich bin da gerade bei. Also dieses Holzding hier auf dem Dach. Ich würde ja so sagen, nimm das blaue Dach, aber das wird dir nicht weiterhelfen. Ich hab hier jemanden fliegen gehört und das ist glaube ich schon... Ey, wenn das Huhn so durch die Menge rast, ne? Da läuft ein Apfel an dir vorbei. Ja, ja, genau. Hinter dir? Hinter dir? Ist eigentlich ja unfair, ne? Ach, ich hab ihn ja sowieso schon gesehen. Unter der Bank. Ja, wie er längst gesehen. Ist eigentlich unfair, was ich hier mache. Ich hab ihn... Ich seh ihn ja auch die ganze Zeit, aber jetzt hab ich ihn verloren. Hat da hinten rollt er. Ja. Ihr Loser. Also nicht du, sondern... Ach, du wurdest schon gecashed? Das wusste ich gar nicht. Ja, ich war sofort fällig. Ich hab mich doch... Ich sag doch, ich muss da 5, 6, 7, 12 mal draufhauen und der hat drei Schuss gebraucht, da war ich weg. War ich den wenigstens nah dran? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt die Hexen gewonnen? Scheiße. Natürlich, was hast du denn gedacht? Ja. Aber warum werd ich denn jetzt hier nicht erwähnt? Ey, ich hab da locker 1000 Texen gekannt. Magischer Staub. Plus 80. Ich hab heute 100... Also jetzt gerade 147 Stück bekommen. Toll. Sag mal, wie krass ist das denn? Ruhender Rosenfriedhof. Hm. Wobei ich aber auch ehrlich sagen muss, das Spiel ist relativ schnell. Ja. So ein bisschen repetitiv, oder? Ja klar, man gewöhnt sich dran, ne? Ah, hab ich letztens noch Anna gesagt, dass das dein Wort 2018 wird. Was? Repetitiv? Äh, ja, dein Wort repetitiv wird langsam repetitiv, weiß er. Das kann gar nicht sein, weil das ist normale deutsche Sprache für die Leute, die es können. Ist das ein Skelett? Ist das ein Pilz? Ich weiß es nicht. Was nehmen wir denn mal Unauffälliges? Nehmen wir doch mal... Nehmen wir doch mal dat. Am. So, erstmal den ersten Sturm hier überleben. Man kann sich weder als Pilz noch als Rose verkleiden. Ist auch wieder nicht so gut hier, ne? Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich weiß, dass ich hier gerade ganz gut bin. Bist du ein Jäger oder ein... Nein, ich bin eine Hexe. Ich bin eine Hexe. Ich bin eine Hexe. Okay, dann kann ich dir ja sagen, ich bin oben. Oben? Neben dem Haus direkt eigentlich. Okay. Und, äh, ja. Bewege mich als Buch fort. Na, ist nicht schlecht. Ich bin eine riesige Kiste. Eine riesige? Mhm. In der Nähe einer Kathedrale. Die Kathedrale, die will ich finden. Beziehungsweise Krypta wird's wahrscheinlich eher sein. Ja, das ist jetzt meine Mission. Die Krypta finden. Warum? Wenn wir noch eine Runde spielen hier, oder nicht? Muss ja spannend werden für die Zuschauer. Das ist ja ein Action! Hauptsache, du hast mich nicht belogen. Du darfst jetzt kein Jäger sein. Was ist das Unfilm? Ich bin hier im Buch, dass ich... Oh, oh. Du bist tot. Hat ja super geklappt. Hat ja super geklappt. Gut, erstes Ziel für diese Runde habe ich erfüllt. Ich lebe länger als Gorilla. So, hier oben ist eine Kathedrale. Und hier bist du eine riesen Kiste. Direkt an der Seite. Da ist eine Leiter und eine Kathedrale. Oder eine Krypta wird's wahrscheinlich eher sein. Ja, ach, die lange Kiste bist du. Direkt am Rand, ja. Die lange Kiste, ne? Nach oben gestellt. Genau, genau. Und das trifft keiner und sieht keiner. Bis jetzt war noch keiner hier in der Ecke. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hätte aber einen Plan B. Ja, einfach zur Leiter werden, oder? Nee. Oder kannst du dich sogar in den Raum... Genau. Ich würde dann eine dieser grünen Kerzen da drin versuchen zu werden. Ja, das ist eine super Idee. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich meine... Weil ich müsste dann erst Q drücken, ne? Für den Schimmelpilz und dann die rechte Maustaste. Du kannst... Du kannst... Unter dir ist sogar ein Gang. Vielleicht kommst du sogar da rein. Du kannst dich sogar da rein porten. Unter mir ist ein Gang? Ich sehe keinen Gang. Ja, ja. Also wenn du hier reingehst in die Hydrale... In die was? Oh, oh, oh. Du kannst in die Hydrale reingehen. Hier, wo du neben bist, dieses Haus. Was ist denn eine Hydrale? Cut-Hydrale. Oh, 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 oh. Hört dich. Mach dich. Weg mit dir. Wieso bin ich denn nicht da rein geportet? Das weiß ich nicht. Schade. Ich hab gedacht, ich werde da rein geportet. Alle live eines Mordes. Ähm... Ja, wenn du dieses Propgedöns da hast, also nicht den Besen, sondern das andere, dann beamst du dich dahin. Ne, eben nicht. Das hab ich ja jetzt und hab mich damit zu dieser grünen Kerze gemacht. Hä? Hä? Ja, das ist... Eigentlich sollte das nicht passieren. Ja, eben. Oh, es sind nur noch zwei... Zwei Hexen am Start. Ja, die sind nicht schlecht. Die räumen richtig auf. Die haben schon sechs... Sechs Hexen haben sie sich schon geholt. Tja. Aber ich verstehe jetzt nicht den Unterschied, warum wir jetzt nicht mit Hexe spielen dürfen. Äh... Jäger meine ich. Ich glaub, weil das ne Einstellung im Spiel ist, dass das nicht so ist. Du kannst ja pro Spiel, glaub ich, oder du kannst ja festlegen, dass hier dann alle getöteten Hexen zu Jägern werden. Oder du lässt es eben. Ne? Ja. Alle getöteten Hexen zu Jägern werden. Ja. Ja, aber ich glaube, so wird da dann mal ne Runde spannender, ne? Ich weiß sogar, woher ist der hier noch lebt. Es wird dann auf jeden Fall ne Runde schwieriger. Wobei ich diese Karte übrigens tatsächlich auch nicht so dolle, glaub ich, finde, oder? Na, ist schwierig, ne? Die ist klein. Große Karten sind einfach halt für Hexen. Aber die Hexen haben trotzdem wieder gewonnen. Ich war mir eigentlich sicher, dass er hier die Kerze war, aber anscheinend war das doch nicht. Oh, keine Hexe wird in der Statistik aufgeführt. Ja. Hm. Wie viel brauchst du noch bis zum nächsten Level? Äh, 29 bis 500, 329 bis 500. Kannst du selber rechnen. Irgendwas mit 171, 171. Ne, doch. Okay. Talary. 90 bis 24h到了.